Schau dir nur diesen schönen Höhner an. Schau dir nur diesen delikaten Inhalt an. Oh, wie lecker das ist. Boah, da kriegt man schon glatten Steifen, wenn man sich das nur anguckt. Boah, dieser schöne Rotkohl, diese schöne Soße. Das schöne, in Anführungsstrichen gesetzt, Fleisch. Und dieses knusprige Brot, da kann man doch nicht widerstehen, oder? Boah, da läuft doch ein das Wasser um uns zusammen.